Herzlich Willkommen beim Mediale Energie Ich bin Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Wir werden heute ein Thema besprechen, wo es darum geht, in sich selber Klarheit zu schaffen, in dir selbst Klarheit zu schaffen, nämlich auf der Ebene, wo sollst du aktiv handeln? Das heißt, wo kannst du jemandem einmal sagen, du pass auf, das passt für mich nicht oder wo sollst du dich einfach zurücknehmen? Und da hadern ja viele damit. Manche wollen ja immer die Welt verbessern und losrennen oder sie sind sehr belehrend unterwegs generell mal. Also da hat man gleich mal einen Rad kostenlos umsonst, einen buchstäblichen Radschlag, den man dann immer mitkriegt. Und die Frage ist natürlich für dich selber, wo engagierst du dich oder wo schaust du auch, dass du die Dinge ausgleichst, regelst, dass du zufrieden bist? In einer Beziehung, ob das jetzt beruflich ist, privat ist, freundschaftlich, spielt eigentlich so keine Rolle. Wo solltest du zurechtweisend wirken, beziehungsweise mal sagen, schau her, so sind die Spielregeln, dass es für mich funktioniert. Und einen Konsens finden. Und da tun wir uns sehr schwer, weil wir ja grundsätzlich immer so ein bisschen so dieses Gefühl haben, im Recht zu sein. Das ist eine heilige, wunderbare Illusion, dass man selber immer der Brave ist und die anderen immer die Spinner. Und das funktioniert Gott sei Dank für viele Menschen gut, aber ist vielleicht nicht immer richtig. Wobei wir da schon so bei dem Thema sind, weil es ja nicht um ein moralisches, du hast recht, also ich bin richtig, du bist falsch. Das heißt ja nicht automatisch, nur weil es jetzt für mich so passt, dass der andere falsch ist. Dass das also eine moralische Frage ist. Zwischen gut und böse jetzt sehr, sehr pauschal runtergebrochen, sondern dass das einfach eine Idee ist von einem Zusammenspiel von Energie. Und man kann sich das wie bei einer Harmonie vorstellen, wie bei einem Akkord, wo Akkorde zusammenklingen und manche klingen nicht so gut zusammen und klingen dissonanter. Also manche Töne passen da nicht so zusammen. Und so ist das auch bei Menschen. Und wenn man da klarer in sich gestimmt ist, es geht ja da auch ganz stark im wahrsten Sinne des Wortes um die Stimmung. Das heißt, wie schwinge ich, wie bin ich denn gestimmt? Und manchmal sind wir etwas offener, freier, lustiger, großzügiger, größer gestimmt und manchmal eben etwas gedrückter, bedrückter. Und dann geht es uns nicht so gut. Und dann landen wir wahrscheinlich auch bei anders gestimmten Menschen im Sinne dieses Resonanzgesetzes. Naja, und heute werden wir mal schauen, erstens einmal klarer zu werden, die Stimmung, die eigene zu heben und dann auch zu schauen, okay, wo in meinem Umfeld besteht denn Handlungsbedarf, das wieder etwas vielleicht gleicher schwingt, sich wieder annähert oder womöglich gar kein Handlungsbedarf, dass ich sage, okay, das bleibt, da werden wir nie auf eine Ebene kommen. Oder vielleicht lasse ich etwas ganz sein, das kann ja auch passieren. Gut, dann beginnen wir einfach mal. Und beginnen wir einfach mal heute mit diesem Bild der Stimmung, wie bei einem Musikinstrument. Ein Musikinstrument ist gestimmt und auch du bist gestimmt. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus, schließt deine Augen und fühlst mal in dich rein. Und jetzt fühl mal deine Stimmung. Fühl mal. Ist die eher gedrückter? Ist die eher aufgebrachter? Ist die eher so dissonant? Und das können ja auch mehrere Stimmungen sein, die in dir herum pulsieren. Nimm einfach mal wahr, wie du gestimmt bist. Und in diese Wahrnehmung kommt jetzt dein Bewusstsein, dass du nach innen gehst. Und vielleicht spürst du, wie du dich da fühlst in deinem Inneren. Vielleicht fühlst du dich müde, erschöpft, vielleicht freudig, vielleicht leer. Nimm einfach mal wahr. Und ganz egal, wie deine innere Stimmung jetzt gerade ist, Du kommst nun in einen völlig neutralen Raum. In diesem Raum ist nichts, was dich reizt. Das heißt, es gibt nichts zu tun, nichts zu klären. Es gibt in diesem Raum keine anderen Menschen. Nur du ganz alleine bist in diesem Raum. Und in diesem neutralen Raum beruhigt sich jetzt auch deine Stimmung. Denn eigentlich spürst du jetzt, dass sich dein Energiefeld in das umgebende Feld anpasst. Wenn du in einer sehr inspirierenden Umgebung bist, wird es gehoben. Wenn du in einer sehr bedrückenden Umgebung bist, senkt es sich. Und jeder Mensch hat sowohl inspirierende als auch bedrückende Aspekte an sich. Das heißt, du begegnest den Menschen entsprechend deiner Stimmung. Wenn du in dir beschließt, ich möchte das Inspirierende bei den Menschen spüren oder in meinem Umfeld spüren, die Möglichkeiten, die Chancen, den Zuwachs an Energie. Dann kannst du dich in diese Schwingung bringen. Wenn du allerdings jetzt dich eher auf das Bedrückende, das Belastende, das Beschwerende einschwingst, dann wirst du das wahrnehmen. Das ist im Prinzip so dieses Resonanzgesetz oder Spiegelgesetz. Das Umfeld spiegelt mich. Und nachdem du jetzt in einem völlig neutralen Raum bist, wirst auch du neutraler. Das heißt, ein ausgleichender, weicher, vielleicht weißer Lichtschein fließt durch dein Feld. Und du spürst, dass du dich reinigst und völlig klar und neutral wirst. Lass diese Energie jetzt einfach durchlaufen und gib dir genau die Zeit in diesem neutralen Raum, die du benötigst, um ganz klar und neutral zu werden. Und in diesem Raum existiert auch weder Zeit noch Raum. Es ist nur Bewusstsein. Das heißt, du kannst in diesem Raum genau so lange verweilen, wie du benötigst, um auf jeder Ebene neutral zu sein. Auf jeder Ebene neutral gestimmt zu sein. Es geht jetzt auch nicht um Sehnsüchte oder Erwartungen. Denn vor allem so das Unterbewusstsein, vielleicht auch so das innere Kind, möchte immer irgendwas haben. Also du spürst, dass du da absolut neutral bist. Und auch dein Unterbewusstsein bekommt genau die Zeit und den Raum zur Verfügung. Denn es braucht, um neutral zu werden. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und spürst nun, dass du weicher und weiter wirst. Ruhiger, sicherer und entspannter. Ruhiger, sicherer und entspannter. Dass deine Zellen sich ausgleichen und alles in einen harmonischen, gesamten Kreislauf sich einfügt. Körperlich, seelisch, geistig. Jeglicher Stress, jegliche Aggression entfernt sich aus deinem System. Sprich nun zu deinem höheren Selbst oder deinen Geistführern. Ich bitte um den Mut zu 100% neutral zu sein. Ich bitte um den Mut zu 100% neutral zu sein. Ich bitte um die Klarheit zu 100% neutral zu sein. Ich bitte um die Klarheit zu 100% neutral zu sein. Alles um dich herum verschwindet. Und du spürst, dass du ruhiger, klarer wirst. Und dass diese Neutralität sich jetzt in dir mehr und mehr manifestiert. Alle deine Sinne schärfen sich und du entspannst dich und spürst, wie dein Alltagsstress und Alltagsstaub immer weiter von dir verschwinden, wie dein Nervensystem sich regeneriert und wie du voller Kraft und voller Energie aufgeladen wirst. 部tsatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohistatbohismatbohistatbohistatbohistatbohistatboh Und mit diesem Abstand kannst du nun ins Umfeld schauen und schon Schemen wahrnehmen. Leute, mit denen du zu tun hast. Leute, die dich vielleicht in eine höhere Stimmung bringen oder in eine niedrigere Stimmung bringen. Aber du siehst alle diese Leute nur ganz weit entfernt als Schemen, weit weg von dir. Du weißt, sie sind da, aber sie haben keinen direkten Einfluss auf dich. Was jedoch nun zu tun ist für dich, ist deine Urstimmung, deine Urklänge, die Farben in dir zu aktivieren, in deinem Feld zu aktivieren. Vielleicht ist es Liebe, dann gib ihr eine Farbe, vielleicht ist es Heilung, vielleicht ist es Humor, vielleicht ist es Freude. Vielleicht ist es Sicherheit. Ganz egal, was du dir vorgenommen hast, vor deinem geistigen Auge erscheinen jetzt Farben. Und du spürst, dass diese Farben Frequenzen sind und diese Frequenzen aktivieren sich jetzt in deinem Feld. Ich erlaube dir, diese Farben einfließen zu lassen, diese Stimmungen zu verwirklichen, diese Stimmungen zu erben. Ich nehme mir vor, klarer zu sein, selbstbestimmter zu sein, friedfertiger zu sein, leichter zu sein, fröhlicher zu sein, offener zu sein. Nicht so nachtragend zu sein, egal was das ist, es darf jetzt in dich einfließen. Und es erdet dich ganz von selbst, also du kommst, während du diese Stimmungen manifestierst, natürlich in deine Mitte und deine Kraft. Denn das ist ja hier dein Auftrag. Und du spürst jetzt, wie du kräftiger wirst, wie du stabiler wirst. Und du schaust um dich herum und siehst mal die Schemen, die Schatten deines Umfelds. Und du kannst wahrnehmen, dass viele Leute einfach in ihren Gedanken, in gewissen Feldern verfangen sind. Aber das ist weder gut noch schlecht. Es ist, wie es ist, und du kannst das geschehen lassen. Du spürst in deinem tiefsten Inneren, dass du niemanden ändern kannst und dass auch niemand hier ist, um dich selbst zu ändern. Jeglicher Leidensdruck basiert auf dem Wunsch, die Stimmung eines anderen zu verändern. Das ist nicht deine Aufgabe. Das liegt nicht in deiner Macht. Du atmest tief ein und wieder aus und klatschst dann mal in deine Hände für dich. Einfach mal so klatschen. Und in diesem Augenblick spürst du, dass alles gut ist. Und in diesem Augenblick spürst du, dass du absolut in deiner Mitte bist. Und in diesem Augenblick haben sich alle aus deinem Feld entfernt. Und egal, wie nah du mit manchen Menschen bist, wie verwandt du bist. Du spürst, dass jeder sein Leben lebt und jeder gut geborgen ist. Und jeder hat die Möglichkeit, seine ureigene Stimmung zu verwirklichen, genauso wie du diese Möglichkeit hast. Bedanke dich jetzt bei der geistigen Welt für diese Erfahrungen, für diese Einblicke. Bei deinen geistigen Helfern und Führern für die Unterstützung. Atme tief ein und nochmal aus und streck dich durch. Bewege deinen Körper. Und wenn du dich gut wahrnehmen kannst, komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Spür nochmal nach, spüre, dass sich dein Feld erweitert hat. Und erlaube dir ganz bewusst, deine individuelle Stimmung und Schwingung zu manifestieren. Und zwar nicht für andere, sondern nur für dich. Wunderbar, danke schön. Wie sind denn deine Erfahrungen mit dieser Reise? Schreib es mir einfach in die Kommentare. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, schreib es mir auch gerne unten rein. Ich freue mich natürlich. Lass mir einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal, teile die Meditation. Wenn du jemanden kennst, wo du das Gefühl hast, könnte auch nicht schaden, dass die Person mal wieder neutraler wird oder etwas gelassener wird. Und da kennt wahrscheinlich jeder jemanden in dieser Zeit. Und wir sehen uns demnächst wieder hier am Kanal. Ich bin Oliver Erini. Danke fürs Dabeisein. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020